Die Karawane ist fertig. Wie soll ich das jetzt machen? Die Karawane ist fertig. Wie soll ich das machen? Das ist ein Kerl. Kannst du doch mal ein bisschen machen? Das ist das Gericht! Wir müssen das doch wieder erreicht haben. Die Karawane zu treiben. Tschüss, das ist doch mal. Hm. Oh, ich hab's was erledigt. Oh, und der greift. Der wird einfach nicht mehr. Ja, der wird nicht größer. Stimmt. Ach so. Ach, habe ich bestimmt gerade noch geheilt. Das kann sein. An der da muss ich vorbei kommen. Oh, da hinten. Ich kann es schon sehen. Echt jetzt? Ja. Kannst du das? Ja. Ach komm, diese scheiße Flugrochen kannst du doch nicht mal schließen. Oh, das ist ja das Tropfen. Oh, wir haben einen Luftikus. 1-3-0-1-9-4-0-2-0. Nee. Ach schade. Na gut, wir haben auch noch ein Luftikus gefangen. Genau? Oh, ein Sunn saß. Das ist jetzt immer Sonnentropfen, das zugeweiße, ne? Völkchen... Völkchen ist doch gut! So, hast du den Luftgekurs? So, ähm... Ja, wenn man jetzt wüsste, wo der drin ist. No? Na, der wird bestimmt nicht bei den Vögeln sein, hm? War er bei dem Wasser viel schon? Ich würde ja denken, immerhin gibt's den auf dem Land. Äh, im Wasser. Auf dem Land. Ich verstehe ihn hier. Oh, der in der Mitte ist ja cool. Deswegen, ja. Ne? Da war der Unig. Das ist Drachen. Ja, das sind Drachen. Er wird ja nicht den Drachen gewonnen, hm? Da, dieses Nessie Vieh will ich haben. Na, schüss. Das ist süß. Ich will den, nur den. Da kann ich nicht mehr sehen. Du hast einen Fisch. Na, vielleicht ist der hier dran. Nö. Ich habe auch schon mal gesehen, dass wir jetzt... Ja, ja. Gesehen haben wir den auch schon mal. Ich frage es jetzt nur wo Ich glaube nicht, dass er bei den Nymphen... Ähm... Okay, er ist da Er wird dann... So doll... So doll... So doll... So doll... Oh ja... Er hat ne doll Nymphen... Ganz toll... Hey, da sind wieder welche... Oh, die greifen sich sowieso gleich an, da kannst du auch... Die hauen ab? Die hauen ab? Weil sie Schiss haben... Oh, Captain Zumbo... Oh, Captain Zumbo... Oh... 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 Nessie! Ja, wenn ich dann zurückradel, um die ganzen Nebenquests zu machen, dann gucke ich mal, ob das dran kann. Ja, vielleicht findest du ja so Nessie. Hör zu. Du hast übrigens nur noch 40. Ich weiß. Ich würde es dir nur noch mal gesagt haben. Jetzt hast du nur noch 8. Oh, du wurdest geheilt. Schön. Oh, warte, warte. Oh, Gott. Nee, du sollst nicht. Ich bin schon überrascht. Oh, warte, warte. Oh, Gott. Nee, du sollst nicht. Ich bin schon überrascht. Ich bin schon überrascht. So, was ist das? Oh, weia. Wenn ihr slipping euch kommt, ich wüsste, das ist doch gut. Ich kann jetzt auch mal kurz landen, mal gucken, was da von Monster gibt. Kannst du auch mal machen. Kannst du auch was machen? Ich kann jetzt mal weg! Ich würd' ich jetzt noch schnell gehen. Das geht jetzt von mir Das wäre dann für den Captain Nein Oh, Bart! Das ist... Lo, der Typ hat's gerissen, ey Sie? Nee, ihn? Ach so, den Sven? Ja Boah, komisch Ach, ne Weil er nix kann, der Äh, dich könntest du auch gleich mal mit heilen, ne? Wenn du schon mal so dabei bist Gut Alter, läuft auf jeden Fall einiges rum Jetzt sehe ich schon mal gucken, was es hier gibt Was ist das? Bist du? Zwischen, ja, aber ist dann weg Nee Boah 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 Krasser Elefant, ey Da wird sogar um so ein Elefant dazu, ne? Ein Elefant? Na, Rhino, dachte ich Das ist aber kein Elefant, ne? Du weißt, dass das ein Rhinoza raus ist Das stimmt, Rhinoza, nicht dazu? Oh, halb Regen, ey Das ist cool Oh, das sieht gerade schlecht aus Oh, das sieht gerade schlecht aus Oh, das sieht gerade schlecht aus Oh, der Elefant wollte ich nicht mitkommen Aber jetzt bin ich bekannt, wieviel Erfahrungen es gibt Oh Gott, was ist denn mit den anderen da los? Oh, Herrgau nicht Ja, noch Ich stehe nur durch, wo wir gucken Ist das 400? Oh, nicht schlecht Knapp 400 Gold 14.000 Haben wir jetzt fast Ja, knapp 400 Gold gab es Ja, ne, und wir haben fast 14.000 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 Oh Gott Oh Gott Ein Knullkopf Vier? Entschuldigung Vielleicht sollten wir halt auch noch nicht hingehen sollen Oh Gott Ich hole das Ich hole das Er blüht müde, ey. Will ich leben? Oh, Schatz, gehen wir noch auf den Fizzer jetzt hier, ich muss das Vieh kaputt machen. Es ist gut, dass der so einen Angriff hat, ey. Der ist nur vor, um zu nerven. So. So. Ich fiss mich jetzt auf Ende, die sind einfach zu stark. So, Motti, du kannst... Und der... Ich greife jetzt noch. Oh. 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 Ja, dann komm ich jetzt nicht raus. Ach du Scheiße. Oh. Oh. Das ist gut. Ja, ich bin so gut. Ich bin so gut. Oh, ich bin so gut. Ich bin so gut. Ich bin so gut. Dann haben wir nicht mehr viel Was ist das? Wunder von der Insel Wunder von der Insel Viel zu stark alles, viel zu stark für uns Oh weha Endlich! Bereits zur Evolution! Sehr schön! Schau mal nach, was der noch so lernt! Nix! Ach, der ist schon fertig! Das haben wir auf uns schon gemerkt, Mann! Ach, stimmt ja! Muss ja bei Luft passen! Ach, ein Flieger! Die gelben! Nee, reicht jetzt? Ja! Wir müssen dann extremst... Leveln! Nicht leveln, mal Sachen gucken! Ja, das auch! Oh Gott! Ach Gott, das dauert noch ne Weile bei dem... Heilend Regen! Endlich! Geben wir mal... Sechs noch, dann noch... Brauch' nur ne Weile! Der kann spätentwickeln! Brauch' nur ne Weile! Ach, der Insel hat, der greift nur noch drei Kämpfe, ne? Ja, schau! Wenn wir uns jetzt die Känze kommen und überleben, bringen uns das übrigens nichts! Ja, ich weiß! Warte jetzt... Diese wollte ich erst erforschen, weil wir da bei Schweinfurt durch sind... Mhm... Und ordentlich ausgerüstet sind... jetzt musst du auch mal angucken gehen. Ja. Achso wieso. Als wenn du nicht von in der Zwischensequenz darin gehindert bist. Der kann da mitkommen. Nö. Ja. Was denn? Er hätte schon wieder fünf Level gemacht. Nö, ist das doch gut? Ja, na klar ist das gut. Ja. 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 Oh Sven hat es vielleicht nicht mehr so. Naja. Ja, okay. Den Fass ist fast so weit. Schön. Na, ich bin nur. Fast. Hallo, da fehlt noch ein bisschen was. Ja, das sind auf See vielleicht drei Kämpfe. Wenn du es so nimmst. Wir wollen aber nicht auf Stehe, wir wollen hier an Land. Ich weiß. In der Land gibt es bestimmt auch noch ein paar Sachen. Na, klar. Weil da oben funkelt das schon wieder. Na. Da. Ja, überrascht. Sehr schön. Das ist doch die Sau, die du haben wolltest, ne? Ja, das ist ganz gut. Ja, klar. Ich wünsche ich dich noch mal zurück zu rennen und sie auf der Weg zu fangen. Wenn wir sie hier vielleicht ein paar Zweite nicht für zu kriegen. Roti will sogar mitkommen. So muss das laufen. Noch? Erstes Vieh gesehen, gleich will ich mitkommen. So gehört dich das. Sag mich. Hm. Sag mich. Ach, Uff. Von we're dumm. Ich habe jetzt sowas großes. Mhm. Und, muss ich abhauen? Nicht abhauen. Oh, das ist wieder. Oh, das ist wieder der Verteiligungsleiter, wieder mit den Scheißern. Hm. Oh, das ist wieder der Verteiligungsleiter. Unser Greif hat's fast. Ich spür's. Ich bin jetzt nur noch so viel, viel zu stark dafür, wie gesagt. Für die Insel war es zu schwach. Boah, Alter! Ja! Und einen Sonntropfen! Und einen Sonntropfen! Ja, das würden wir zu einem Wasserwicht machen, ne? Also, um den zum Krill greifen. Genau. Ich liebe die Wintermacht, ey. Das musst du machen. Boah. Ich liebe die Evolution. Yey. 136. Ja, wer lehnt. Ja, eben. Aber leg mal, der hatte 199 schon auf Level 16 oder so vorhin. Deswegen chill aufs Mal. Ich weiß.